Yo Leute was geht ab, Sane ist wieder da, heute mit dem Kapitel Review zu One Piece Kapitel 953 und endlich erfahren wir was das Geheimnis hinter Kaidos Narbe ist, wer war stark genug ihm eine Narbe zuzufügen. Das Kapitel heißt es war einmal ein Fuchs. Auf der Coverpage geht es weiter mit der Story von Capone Gang Badge, welche eine Karte der Grand Line in der Hand hält und auf einen Ort zeigt. Der Satz der Coverpage verrät uns auch wo er hin möchte. Es wird nämlich Zeit das gegnerische Schiff zu entern, auf zur Frille Bark. Wie ihr ja sicher noch wisst, war ja in der letzten Coverpage das Thema, dass sie Chiffons Schwester Lola suchen und deshalb möchten sie nun auf die Frille Bark um sie zu finden. Doch Gekko Moria ist ja schon länger nicht mehr im Florian Triangle. Doch könnte es sein, dass uns mit dieser Coverpage dann endlich mal gezeigt wird, was es mit den monströsen Augen im Thriller Bark auf sich hat. Die Story fängt an, dass Kawamatsu einen Brief in der Hand hält, auf dem steht An Kawamatsu, danke für alles, ich bin sicher, Hiyori. Kawamatsu fängt das Heulen an, wir kriegen einen Flashback, wo wir sehen, wie er verzweifelt nach Hiyori sucht, nachdem diese abgehauen ist. Und auf einem dieser Penne, oh my fucking god, sein verzweifeltes Gesicht sieht echt schrecklich aus. Man sieht komplett seine Verzweiflung, wie es ihn innerlich zerreißt. Kawamatsu hat wohl ewig nach Hiyori gesucht. Die Szene switcht rüber zu Giyuki Maru, welche immer noch vor Zoro wegrennt. Plötzlich ist die Szene an der Banditenbrücke, wo Kawamatsu und Hiyori sich darüber unterhalten, dass Kawamatsu an der Brücke ewig gekämpft hat und Hiyori stellt die Frage, wer denn eigentlich Giyuki Maru ist. Kawamatsu erzählt, dass er auf der Suche nach Hiyori irgendwann an der Banditenbrücke angekommen ist. Dort wollte er eigentlich sein Leben beenden. Er erzählt weiterhin, dass sowohl Ringo als auch Hakumai, beide vom Shimotsuki Klein regiert worden sind. Der damalige Daimyo war Ushimaru Shimotsuki, ein starker Schwertkämpfer, welcher immer von einem Fuchs begleitet wurde. Kawamatsu fragt Hiyori, ob sie Ringo's ewiges Begräbnisritual kennt. Hiyori sagt daraufhin, dass sie davon gehört hätte, dass es hier wohl so kalt wäre, dass Leichen hunderte Jahre lang konserviert werden. Das erklärt natürlich, wieso Riyuma nicht schon lange zu Staub gefallen war, als Gekomoria seine Leiche stahl. Könnten hier auch andere berühmte Leute liegen. Wo ist denn eigentlich die Leiche von Oden und wo ist die Leiche von Toki? Und ist dies ganze ein Hinweis darauf, dass Gekomoria mit Blackbeard zusammen nach Wano geht und eine riesige Zombie Samurai Armee aufbaut. Kawamatsu sagt, dass bei diesen Gräbern die Schwerte der Samurai als Grabsteine benutzt werden. Und einige dieser Schwerter sind sogar Meitos. Wir bekommen wieder einen Flashback, wo Kawamatsu auf den Fuchs, dessen Name Onimaru ist, trifft. Er ist dasselbe Fuchs, welcher dem Daimyo von Ringo gehörte. Der Fuchs bricht zusammen und Kawamatsu wird klar, dass Onimaru 5 Jahre lang Ringo selbst beschützt hat. In Ringo ist es üblich Kindern Schwerter zu geben, die sie ein ganzes Leben lang begleiten, um am Ende als Grabsteine zu fungieren. Onimaru und Kawamatsu freunden sich an. Eines Tages aber versucht Kawamatsu die Schwerter von den Gräben zu entfernen, was Onimaru natürlich nicht gefällt. Onimaru beißt Kawamatsu. Dieser versucht daraufhin Onimaru zu erklären, dass in 13 Jahren sich die Samurai zusammentun werden, um die Biestpiraten zu bekämpfen und dafür bräuchten sie logischerweise Waffen. In einer herzzerreißenden Rede bringt er Onimaru dazu, ihn loszulassen. Zusammen entscheiden sie sich die Schwerter im Untergrund zu verstecken. Sie leben längere Zeit zusammen und gegenüber Grabräubern nennt sich Kawamatsu Giyukimaru von der Banditenbrücke, da er seine wahre Identität geheim halten muss. Eines Tages aber als er Onimaru sein Lieblingsessen klauen wollte, wurde er in der Hauptstadt gefangen genommen und dies ist nun schon 13 Jahre her. Zorro und Kawamatsu gehen dorthin wo die Schwerter versteckt sind. Plötzlich ruft Kinemon an. Kawamatsu beruhigt Kinemon, dass jeder Samurai ein Schwert haben wird. Wir sehen eine Halle mit unzählig vielen Schwertern, Kawamatsu weiß aber nicht wie sie hierher gekommen sind. Er vermutet, dass es Onimaru war, all die Zeit hat er weiterhin Schwerter gesammelt. Die Szene wechselt zu Giyukimaru welcher sich versteckt und plötzlich in den kleinen Fuchs verwandelt. Also hatte Fuchs irgendwann Giyukimarus Identität übernommen und den Platz in den letzten 13 Jahren beschützt und weiter Schwerter gesammelt. Doch wie kann er sich verwandeln? Man könnte meinen, vielleicht ist das eine Art Jutsu. Aber bisher waren alle Jutsus eher schwächlich, die wir so weit gesehen haben, eher mehr billige Tricks. Auch an eine Teufelsfrucht glaube ich nicht wirklich. Ich denke, dass es sich hierbei um eine Fähigkeit von Onimaru handelt. Wie wir ja wissen werden Füchse in der japanischen Mythologie Kitsune genannt. Und es heißt Kitsune hätten die Fähigkeit sich in Menschen zu verwandeln. Das wäre auch nicht die erste Referenz die uns Oda diesbezüglich gegeben hat. Auch Katerina Devin hat wohl eine Kitsune Frucht. Immerhin hat sie die Fähigkeit sich zu verwandeln und wenn sie sich verwandelt sehen wir mehrere Fuchsschwinze an ihr. Ähnlich wie der neunschwänzige Fuchs. Doch warum Onimaru wegläuft und sich nicht Kawamatsu zeigt, ist mir wirklich Gott verdammt ein Rätsel. Zuletzt kommt es noch zu einem Gespräch zwischen Hiyori und Zoro. Hiyori bittet Zoro das Jusui Wano Kuni zurückzugeben. Dieser ist davon natürlich nicht begeistert. Als Gegenzug würde Hiyori ihm das Schwert ihres Vaters überlassen, welches Enma genannt wird. Ein Meito Schwert. Ein legendäres Schwert und das einzige das es jemals geschafft hat Kaido zu verletzen. Also hat Oden Kaido seine Narbe zugefügt. Doch was ist an diesem Schwert so besonders? Ist es auch ein schwarzes Schwert? Ist es ein Drachenschwert? Weniger würde ich von jemandem wie Oden nicht erwarten. Aber sicher können wir uns da nicht sein, denn selbst Riyuma hatte kein Drachenschwert. Doch wird Zoro nun sein Jusui eintauschen gegen das Enma? Oder würde am Ende doch beide haben? Als kleine Randnotiz der Name Enma kommt auch aus der japanischen Mythologie, König Enma ist da der Gott der Unterwelt. Ein passender Name für ein alles zerstörendes Schwert. Es war auf jeden Fall ein klasse Kapitel. Mir hat es sehr gefallen. Ich bin auch gespannt ob wir nun in Zukunft mehr über Schwerte in One Piece lernen können. Und warum ist eigentlich Onimaru abgehauen und zeigt sich Kawamatsu nicht? Und kriegen wir vielleicht ein Flashback über den Kampf zwischen Oden und Kaido? Ich freue mich auf jeden Fall sehr auf die nächsten Kapitel. Falls ihr Antworten zu den Fragen habt, schreibt mir eure Meinung dazu in die Kommentare oder erzählt mir wie euch das Kapitel gefallen hat. Und ich hoffe wir sehen uns auch beim nächsten Video wieder. Um dieses nicht zu verpassen, Like und Abo reinhauen. Bis zum nächsten Mal wünsche ich euch wie immer viel Spass und haut rein. Ciao!